Hallo zusammen, wir sind Jasmin und Alina und wir nehmen euch heute mit zum Diallo Appenzell, wo wir zwei die Lehre als Anlage- und Apparatenbauerin machen. Heute schauen wir mit Lars unserem Ausbildner Smackschweissen an. Das ist ein wichtiges Verfahren in meinem Beruf als Anlage- und Apparatenbauerin. Nach der Grundausbildung können wir das, was wir gelehrt haben, in der Realität umsetzen, wie hier die Mappkante. Pssst, da ist gerade der Manni am Trainieren für die WorldSkills. Viele Lernende aus Appenzell haben an Meisterschaften teilgenommen und als rüber abgeräumt. Wir haben ja dieses Interesse gemerkt, dann nicht jetzt für ein Schnuppeljahr bei uns an.